Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Gemeinsam mit meinem YouTube- und Twitch-Kollegen Writing Bull haben wir am Beginn des Monats eine Spendenaktion ins Leben gerufen, zugunsten der Tafeln in Deutschland. Wahnsinnig viele von euch haben da schon mitgemacht. 233 Spenden sind eingegangen, über 16.000 Euro sind dabei zusammengekommen. Vielen, vielen, vielen Dank für eure großzügige Unterstützung. Falls ihr noch teilnehmen wollt und könnt, geht das noch. Einige Tage, bis nach Weihnachten, wird diese Aktion noch laufen. Den Link dorthin findet ihr in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar unter diesem Video. Das allerdings ist gar nicht der Hauptanlass dafür, dass ich hier euch nochmal informiere. Und zwar, es geht um was anderes. Ich möchte euch einladen zu einem Gespräch mit den Tafeln, das wir führen werden, also Writing Bull und ich. Morgen Abend um 21 Uhr kommen wir ins Gespräch mit Marco Koppe, dem Geschäftsführer der Tafeln in Deutschland. Denn ich finde, das gehört auch immer so ein bisschen zu so einer Spendenaktion dazu, dass man auch mit der Organisation selbst nochmal ins Gespräch kommt und Fragen stellen kann und auch erfährt, wofür das Geld jetzt auch genutzt wird und ähnliches. Also, falls euch das interessiert, kommt morgen Abend, Donnerstag, 21 Uhr in unsere Streams, sowohl Writing Bull als auch ich. Wir werden das streamen und gemeinsam mit ihm sprechen. Und wir werden dann natürlich auch Fragen aus dem Chat aufgreifen und sie weiterleiten. Das könnte sehr interessant werden, denke ich. Das wird auch jetzt nicht übermäßig lange dauern. So, ich denke mal, eine halbe, dreiviertel Stunde werden wir dort gemeinsam sprechen. Und danach beginnt mein normales Programm, das heißt, das normale Programm im Donnerstream. Und das wiederum bedeutet, wir spielen Pentiment weiter. Insofern starte ich auch morgen nicht 20.30 Uhr, sondern 20.45 Uhr, sodass wir ein bisschen Zeit haben, uns zu sammeln. Dann gehen wir 21 Uhr gemeinsam in dieses Gespräch und danach dann Pentiment. So, ja, insofern freue ich mich auf den morgigen Abend. Vielleicht könnt ihr dabei sein. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.